Oh, das wusste er. Okay, da bin ich ziemlich tot. Wieder jemand, der denkt, nur weil der Puck wer ist, dass er was Besseres ist. Federlich. Und jetzt auch auf... Ja, der ghostet halt. Actually, er erwartet, dass ich den Dragon hinnehme, der ghostet halt. Weil ich glaube, dieser Dragon ist nicht bad. Ich glaube, das kann man schon flippen. Also einfach aufgrund von, ja gut, das ist ein dummer Dragon, niemand erwartet das. Deswegen habe ich das hier gemacht, weil ich dachte, das ist unerwartet. Aber ich meine, der pingt sein ganzes Team. Er weiß es zu 100% pro, das ist 100%ige ghostet. 100% pro. Also dieser Ping, das machst du nicht. Also du kannst selber checken gehen, weil er hat auch keinen Camps ab und so. Aber wenn er sein Team dazu aufruft, zu kommen, ist das ein 100%iger Ghost. 100% pro. Deswegen sterbe ich hier. Naja, und dann gibt es da so irgendwelche eingebildeten Pro-Player, die mich dann dafür flamen. Ich meine, ich werde halt geghostet. Wollt's doch nicht machen, mate. Nein, Leute, nein, nein, nein. Er wollte nicht Dragon machen. Er hat gewartet. 100%ig hat er geghostet. Also es gibt da keine Argumentation, dass er 100%ig geghostet. Da gibt's keine Argumentation. 100% nicht. Ja, genau. Er hat halt gewartet, bis seine Teammates kollapsen können. Ich meine, es ist halt geghostet. Es passiert. Ich verliere manchmal Games deswegen. It happens. Aber was, was, was ich, also das finde ich nicht so schlimm, wie dass ich dafür geflamed werde. So, das ist halt so disgusting, ne? Von, von Humanoid. Das ist so ekelhaft. Er ist einfach einfach nur arrogant und eingebildet. Weil das hätte ein gutes Play sein können, maybe. Vielleicht kriege ich da den Dragon for free, wenn er nicht groß ist. Alright, let's see. Let's see what we can do with this game. Let's see what we can do with this game. Hmm, that was base. The dragon nears. Das ist ein guter Trait, aber wir dürfen hier nicht sterben. Nee, ich kann den da nicht verloren, ne? Das ist schon ziemlich gut, I guess. Oh mein Gott, what am I doing? Ja, wir gehen einfach base, leider. Rengar, der ist leider Gepernaband. Also, wenn ich auf nem Smurf oder so Rengar kriege, spiele ich den auf jeden Fall. Ich banne ihn? Ja, vom Main banne ich ihn. Also Smurf würde ich ihn spielen. Ne, der Rengar ist broken. Also extrem sogar. Ist extrem broken. Nicht nur ein bisschen, ist extrem broken. Ich werde hier wahrscheinlich rauskommen. Ja. 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 Ich bin hier. Das ist gut. Oh, gut. Without remorse. enemy 80 ist ghosting schon wieder jemand der größte dabei kommt access der mats für den größer spielt aber echt scheiße holy moly kein flash sehr schade mein Gott er kann uns skinnen in peace ahhhh er ist level 6, ich muss launchen ahhhhhh neeeen ein hits die ist schon aber auch sehr fucking useless muss man sagen ne die ist schon echt also next level useless rex hat keinen flash vielleicht kann man fokussen oder sie ne ne hat das ne 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 ist ne 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 Ich carried sie dann, also ich und Irelia. What the fuck? Oh mein Gott, das ist eigentlich ein Ding in 3D. Uld, das ist doch cool dann. Oh. Oh! Ich dachte, ich hab gemisst. Hm. Ohne Ult, Fights Force noch nicht so schlau. Meh. Wow! Warum ist der fucking Start? Wait, mein ganzes Team will nur hinten stehen? Okay. Findest gut. Oh, wait. Nash ist da. Oh Gott. Wir nehmen dafür ja, ne? Hm, maybe it is worth. Ich glaub, das ist okay. Die MF ist so useless. Alter! Das ist ein Midlaner. Sie braucht 30 Jahre für die fucking Nami. Ich mein, die Ult war gut. Die Ult und E auf die Rex war echt stark. Aber ich glaub, das ist das einzige, was ich kann, ne? Wir könnten Nash'n vielleicht. Wir könnten Nash'n ziemlich sicher. Außer sie stirbt jetzt. Was? Wer ist denn meine E gelaufen? Oh nein. Oh mein Gott, er hat zu früh seinen Out-Tack benutzt. Das Exhause war halt noch nicht abgelaufen. Alter. Ich mach'n Sanjas. Ich mach'n Sanjas. Ich mach'n Sanjas. Da hinten sind die echt low. Alter. In so nem Fight. What the fuck? Ist normal bei nem Laptop. Ja. Ich spiel'n nicht auf nem Laptop. Nein, Leute. Ich spiel'n nicht auf nem Laptop. Vielleicht sind das... Vielleicht sind das wirklich so viele... Äh... Lines auf dem hab. Wenn wir jetzt diesen Fight nicht gewinnen. Na gut. Das ist schon ober. Ja. Oh, ich hab'n nicht untern. Scheiße. Ich hab'n gerade MF geunert. Naja. Weil sie war am Ende gar nicht mal so useless. Aber dafür, dass sie 20 Minuten lang gar nichts tut. Also wirklich überhaupt gar nichts. Ist sie schon... Also war das schon terrible.